hey user und auch nicht user dieses forum willkommen forum für die planung des neuen minecraft servers wie ihr alle mitbekommen habt ist der pixel crapshit server nur auch für pisse erreichbar also muss einsatz her dieser forum dient zur planung bitte schreibt unter jedem beitrag euren minecraft namen das sind vorische orchester es war einmal vor nicht allzu langer zeit in einer hand voll wohlwollender minecraftern zusammen eine schöne zeit verbringen wollte auf den gut organisierten server der getauft war auf den namen rollartiger geigen pixel kraft wieder syntholische orchestermusik einige unreife voreilige knaben im server besaßen hatten aber ein eines tages kein bedürfnis mehr nach den wohlwollenden minecraftern verbanden sie die knaben schuldlosen recken aus ihrem reich nachdem diese dort ein sehr prachtvolle gegend errichtet hatten der den recken wurde nun der wurde nun an der einlass verwehrt sie mussten sich selbst eine neue bleibe suchen zwei diese obdachlosen baumeister für die kraft suchten sogleich nach einem ausweg der großbau meister kannte eine bleibe für die verstoßenen haben soll zugleich machte die truppe daran neues besseres reich für die verstoßenen minecraft zu errichten mb kraft baute mit anderen baumeistern das reich auf jama schritt die chronik nieder um sich für alle welt festzuhalten heute werden die anhänger von drei lati über ein pixel kraft wieder syntholische orchester musik verachtet und gerade langsam in vergessenheit was den weg für eine unbefangenen zukunft in irgendwie neue truppe der stolzen minecraft eine bessere sein gezeichnet fürst jama kurzverson für geistig zurückgeblieben die besitzer von pixel kraft haben dichtgemacht lassen kein schwein mehr rein wir suchen einen besseren für die ex pixel kraft aufsaugung schaust auf pixel kraft darf bis er und den ganzen anderen ist lieben russ ja schaust auf 6 schaust auf Vielen Dank.